Tausendschlau – stark im Leben Wie gesagt, Cola hält einen Magen ruhig, solange man sich noch nicht so recht an die Delikatessen anderer Klimazonen gewöhnt hat. Beim Essen gilt es zumindest für den Anfang, die folgenden einfachen Grundregeln zu befolgen. Machen Sie einen großen Bogen umabgestandene Speisen, vermeiden Sie alles, was mit nicht gekochtem Wasser oder noch schlimmer Milch in Berührung gekommen ist. Dazu zählen sämtliche Früchte, die Sie nicht schälen, Vorsicht mit Salat und rohem Gemüse, allgemein nichts, was lang im Schaufenster lag, jede Form von Eis, außer vielleicht abgepacktes Markeneis. Sie werden übrigens alle bekannten Marken in jedem Kontinent unter anderem Namen finden. Und insbesondere Eiswürfel. Wenn Sie sofort am ersten Tag unbedingt landestypische Spezialitäten versuchen wollen, dann halten Sie sich an die Küchen mit viel Publikum. Dort ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die Schmeißfliegen schon vor Ihnen davon gekostet haben. Ich stille mein Hungergefühl anfangs auch gerne mal mit abgepackten Keksen aus dem Supermarkt, trinke natürlich reichlich Wasser aus den omnipräsenten Plastikflaschen, mitunter geschmacklich und psychologisch angereichert durch eine Vitamin- oder Mineralien-Brause-Tablette. Und eben ab und zu eine eisgekühlte Cola. Ohne Eiswürfel, versteht sich. Wenn Sie glauben, Sie sind aus dem Gröbsten raus, dann gehen Sie natürlich lokal essen, so viel wie möglich, denn das ist in so vielen Ländern ein Highlight. Lassen Sie sich einfach von Ihrem Reisebuch, heutzutage auch von Internetbewertungen oder auch von Ihrem gesunden Menschenverstand leiten. Scharfes Essen soll ja auch ganz gut gegen Keime helfen. Die Hardcore-Inder trinken ja sogar aus dem Ganges. Meine Theorie dazu ist, dass er so toxisch ist, dass darin auch kein Krankheitserreger mehr eine Überlebenschance hat. Wie Sie mit dem Essen im Urlaubsland klarkommen, hängt zwar extrem von Ihrer individuellen Verfassung, wie auch vom Urlaubsland ab, aber Sie können etwaige negative Erinnerungen durch richtiges Verhalten in gewissen Grenzen minimieren. Wenn Sie bereits wissen, dass Ihr Magen in der ersten Woche ganz gerne rebelliert, dann essen Sie während dieser Anfangszeit wirklich vorwiegend abgepackte Ware statt halbgares Streetfood, trinken nur aus sauberen Flaschen und beruhigen Sie Körper und Gewissen mit guten Ergänzungsmitteln aus Ihrer Apotheke. Wenn es Ihnen schmeckt, sind bekannte internationale Fastfoodketten durchaus eine gute Option, Ihren Magen auf die neuen Herausforderungen einzustellen. Nach einiger Zeit dürfen Sie dann zu den unbekannten lokalen Fastfoodketten übergehen. Stellen Sie während Ihres Urlaubs auch einmal dankbar fest, was für ein gigantischer Luxus es für uns ist, dass wir unser Leitungswasser einfach trinken können. Sicher, Sie können es theoretisch überall trinken, wo Ihr Reiseführer es als generally safe deklariert. Aber entweder wird Ihnen irgendwann trotzdem flau im Magen oder es schmeckt so stark nach Chlor, dass Sie doch lieber nur Zähne damit putzen. Es gibt auch die bekannten Wasseraufbereitungstabletten, die aber nicht alle Keime zuverlässig vernichten. Aufkochen hilft eher. Solange Sie sich also in Regionen aufhalten, wo Sie Trinkwasser in Flaschen kaufen können, riskieren Sie nichts aus unangebrachter Sparsamkeit heraus. Und eines Tages passiert es dann doch. Sie sind möglicherweise schon seit vier Wochen beschwerdefrei unterwegs, essen fröhlich all die wunderbaren Leckereien von den Straßenküchen und plötzlich sitzen Sie auf dem Klo, nur zehn Minuten nach dem Fehler. Und es fühlt sich nicht so an, als könnten Sie das Klo jemals wieder verlassen. Wenn es so schlimm ist, ziehen Sie die Notbremse mit einer oder zwei bekannten Diary-Tabletten und gehen ins übliche Cola-Salzstangen-Programm über. Ich frage dann meistens auch eine lokale Apotheke und selbst wenn dort kein Mensch Englisch oder auch Deutsch spricht, haben Sie dort lustige Bücher, anhand derer man seine Beschwerden bildlich beschreiben kann, sowie Lexika, in denen alle weltweit bekannten Wirkstoffe nachzuschlagen sind, sobald Sie das Wort Imodium aufschreiben. Fast jedes Land hat dann auch noch irgendein homöopathisches Zaubermittel parat. Zumindest in meiner Einbildung funktioniert es nämlich besonders gut, lokale Magendarmenbeschwerden mit lokalen Biowaffen zu bekämpfen. Und weil ich es mir erfolgreich einbilde, klappt dies auch. Weil wir gerade auf dem Klo sitzen. Laufen Sie niemals ohne eigenes Klopapier durch die Welt. Vertrauen Sie nicht darauf, dass ausgerechnet dann, wenn Sie keines haben, ausnahmsweise mal welches vorhanden ist. Ich erspare Ihnen die Details von Ländern, in denen auch gar kein Toilettenpapier gebraucht wird, kann Ihnen aber versichern, dass es bisher noch nirgendwo verboten war, welches zu benutzen, solange man es in den richtigen Behälter entsorgt. Und es ist alles nicht so wild. Verzicht ist Luxus. Wenn Sie fertig sind auf dem Stockwerksklo im Squatterstil, werden Sie die kalte Dusche danach gleich wieder etwas mehr genießen. Übrigens, es ist fast nie nötig, auf heiße Duschen zu verzichten. Fragen Sie, egal in welchem Land, einfach vor dem Check-in, ob es heißes Wasser gibt. Fragen Sie in Indien außerdem, ob es bis in den zweiten Stock hochkommt. Oder verzichten Sie bei 35 Grad im Schatten auch mal auf die heiße Dusche. Auf solchen Reisen lernen Sie noch etwas, was Sie zu Hause womöglich selten nötig hatten. Nennen wir es strategische Stuhlgänge. Wenn Sie Ihre grobe Tagesgestaltung im Kopf haben, dann vergessen Sie nicht, im letzten sauberen Restaurant, Museum oder Hotel Ihre größeren Geschäfte zu verrichten. Nachher verbringen Sie vielleicht 18 Stunden in einem indischen Liegewagen und dort ist dies zwar nicht unmöglich, aber vielleicht auch nicht mehr ganz so kuschelig, wie es morgens noch gewesen wäre. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.